Lebst du persönlich das Leben eines Thermostats oder eines Thermometers? Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung und ich begegne jeden Tag Menschen dabei, die sich noch nicht ganz sicher sind, sich selbstständig zu machen oder auf dem Weg sind, sich selbstständig zu machen, wachsen oder später auch ihr Unternehmen verkaufen wollen. Nun, und alle stehen vor dem gleichen Dilemma, dass sie genau diese Frage beantworten müssen. Nun, was bedeutet diese Frage? Das Thermostat beispielsweise ist eine Einrichtung, die du sicherlich kennst. Da gehst du hin und stellst ein, Raumtemperatur 20 Grad, 30 Grad oder 15 Grad. Und dann fangen Motoren, Heizung, Klimasysteme an zu funktionieren, zu arbeiten, ihre Arbeit zu verrichten und der Kontext, die Umgebung wird verändert, bis diese eingestellte Temperatur auch erreicht ist. Das heißt also, das Thermostat ist ein Regler, der bestimmt, was sich verändern soll, wie du es dir wünschst. Das Thermometer wiederum ist ein Gegenstand, ein Messgerät, das hängst du irgendwo hin und sagt dir die Temperatur. Da steht dann 27 Grad. Und verändert sich der Kontext auf 10 Grad, dann geht das Thermometer runter, es passt sich an auf 10 Grad. Und wenn es draußen Winter wird und du dann minus 20 Grad hast, na gut, dann geht das Thermometer auch runter auf minus 20 Grad. Also ein Thermometer ist eine Messfunktion, die sich immer den äußeren Gegebenheiten anpassen. Nun, und genau das ist die Krux der Sache, dass wir Menschen irgendwo auf der Welt abgeworfen werden in einem so genannten System. Dieses System besteht aus deinen Eltern, das besteht aus deiner Kultur, dieses System besteht aus deinen Lehrern, aus deinem Umfeld, aus deinen Freunden, aus deiner Berufsausbildung. Dieses System macht erstmal, dass du zu einer gewissen Persönlichkeit geformt wirst. Das heißt, du beginnst als Lebewesen, als Kind, als Thermometer. Das heißt, du passt dich den Werten, den Überzeugungen, den Verhaltensmustern, was ist gut, was ist richtig, was macht man, was macht man nicht. Denn dem passt du dich an und daraus wird eine ganz komplexe Persönlichkeit. Da kannst du gerne im Internet mal nachgucken, wie deine Persönlichkeit aufgebaut ist. Da gibt es die sogenannten logischen Ebenen nach Robert Dills. Und dann weißt du genau, wie du strukturiert bist, oben der Sinn deines Lebens, darunter, wo du dich zugehörig fühlst, wovon bist du Teil, dann deine Identität, darunter deine Werte, Überzeugungen, dann deine Fähigkeiten, dein Verhalten und schließlich das, was du jeden Tag neu produzierst. Das ist also so, wie wir als Mensch auf die Welt kommen. Das Problem ist nur, wenn du mit diesem System, mit diesen Infos, die du gelernt hast, mit den Werten und den Überzeugungen hier weiter durch dein Leben gehst, dann wirst du aus der Vergangenheit deine Zukunft machen. Das bedeutet, wenn du mit diesen Entscheidungen, mit diesen Verhaltensmustern, was du von deinen Eltern gelernt hast, von deiner Kultur gelernt hast, mit den kleinen oder größeren Glaubenssätzen und Überzeugungen, die du hast, bis zu deinem 120. Lebensjahr weiter gehst, nun, was wird sich ändern? Nichts. Albert Einstein hatte gesagt, wenn du mit dem, was du bisher immer gemacht und gelernt hast, erwartest, dass sich was Neues, deine tollen Wünsche, deine Träume, deine Visionen erfüllen, nun, das grenzt am Wahnsinn. Denn wenn du das, was du von deinen Eltern und deinem System hier gelernt hast, übernimmst und weitermachst, dann wirst du genau das bekommen, was du und deine Eltern schon immer bekommen haben. Wenn deine Eltern dir viel mitgegeben haben, die Sprache und dass du nicht auf den ICE-Gleisen übernachten solltest, dann ist das hilfreich, dann fördert das dein Überleben. Also du hast eine ganze Menge Traditionen hier übernommen, die dein Überleben sichern. Das ist gut so. Aber du hast auch eine ganze Menge, das geht nicht, das macht man nicht, das soll man nicht, das hat doch keiner gemacht, das schaffst du nicht. Du bist eine Frau, du bist ein Mann, du bist ein Deutscher, du bist ein Ausländer, du bist ein Ossi, du bist ein Bessi, du bist zu groß und du bist zu klein. Du hast viele solcher Infektionen hier abgespeichert. Was bedeutet das also für dich? Es ist, wenn du dich verändern willst, wenn du deine Ziele, deine Träume, deine Wünsche verwirklichen willst, dann hast du zunächst mal einen Identitätswechsel vor dir. Es wird also etwas neu werden, es wird ein neues Ich geben, eine neue Persönlichkeit und das Problem ist, die kennst du heute noch gar nicht. Mein Coach hat damals gesagt, es geht gar nicht darum, dass du nur viel Geld bekommst oder viel Reichtum und Macht hast. Es geht vielmehr darum, dass du eine Persönlichkeit wirst, die das grundsätzlich kann. Und dieser Satz hat mich viel zum Nachdenken gebracht, weil mir klar wurde, dass ich hier gar nicht wusste, wer ich sein muss, um das zu verursachen. Und zu dieser Reise lade ich dich ein, dass du ein Thermostat wirst, dass du lernst, wie du den Kontext beeinflusst. Dass wenn du sagst, ich habe jetzt Lust auf 27 Grad Celsius, dass du in der Lage bist, den Kontext auch so zu verändern. Und wenn du Lust hast auf minus 25 Grad, dass du wiederum den Kontext, die Umgebung verändern kannst auf diese Temperatur. Denn das macht nur ein Thermostat und niemals ein Thermometer. Nun, es ist dann natürlich auch an dir die Kenntnisse zu erlangen, die ein Thermostat mit einem Heizungs- oder einem Klimasystem hat, um dann den Kontext zu verändern. Hier brauchst du eine ganze Reihe von neuen Glaubenssätzen, von neuen Werten, von Überzeugungen, von Fähigkeiten, aber auch von Kontakten. Auch die Frage, wovon bist du Teil eines Ganzen? Bist du hier sozusagen als Nachfolger der Affen da und musst nur ein bisschen zwischen den Bäumen rumspringen, damit da was los ist? Oder bist du Teil einer wunderbaren Schöpfung? All diese Fragen darfst du dir auch stellen und auch die Frage beantworten, was kannst du eigentlich wirklich, wenn du all deine Potenziale freisetzt? Sicherlich macht es Sinn, dass du hier dann bei der Formung deiner neuer Identität, deines neuen Ichs, dass du dir Unterstützung holst, dass du Bücher holst, Seminare, Trainings, YouTube-Videos, Coaches, Berater und vor allen Dingen eine Gruppe von Menschen, die auf einer ähnlichen Reise entweder schon sind oder die schon dort angekommen sind, von denen du lernen kannst. Wenn du sechs Monate mit Bankräubern zusammen bist, nun das könnte passieren, dass du im sieben Monat vielleicht mitmachst. Wenn du sechs Monate einem Haufen von Menschen bist, die sich nicht richtig gut unterhalten, wie ich es damals bei der Bundeswehr erlebt habe, da hat sich mein Wortschatz reduziert auf unter 1000 Worte und lauter Kraft und bösartige Ausdrücke waren im Tagesjagong drin, dann wirst du nach ein paar Wochen, Monaten dich dem auch anpassen. Es gibt also immer einen Formungsprozess des Kontexts und das ist eine ganz leichte Möglichkeit, dass du die Menschen suchst, die dort sind und dass du dich in positive, konstruktive Umgebung gibst und von diesen lernst. Jeder Kampfsportler geht zum Kampfsportmeister, jeder Zimmermannslehrling zum Zimmermannsmeister und so geh du auch zu den Menschen, die dort sind, wo du hin willst. Aber die entscheidende Frage bleibt, möchtest du ein Leben leben als bequemes Thermometer? Die Zeiten ändern sich, das macht man so, das ist die neueste Mode. Man nimmt jetzt dieses Handy oder dieses iPhone und das ist der neue Computer und das ist das neue Auto und übrigens diese Sängerin ist ganz toll. Also willst du das machen, was alle machen? Nun, da wirst du weiterhin geformt von deinem System und du bist lediglich ein Thermometer. Wenn du aber sagst, ich verzichte hier komplett drauf, ich stelle alles in Frage, was ich bisher gelernt habe, sicherlich übernimmst du das Gute und behältst es weiter. Aber du stellst zunächst alles mal, was du bisher hier gelernt hast, auf den Prüfstand und formst dich, setzt dich neu als Persönlichkeit zusammen, indem du das erwirbst an Wissen, was du brauchst, an Werten. Nun, dann wirst du ein Leben als Thermostat leben und du bekommst eine Freiheit, wo du sagst, okay, ich habe diese Vision, ich habe dieses Ziel und du weißt dann auch, dass du es umsetzen kannst. Und das ist für mich echte Freiheit und diese Freiheit wünsche ich dir und als Unternehmer, als Gründer gibt es deine Firma noch nicht, außer in deinem Kopf. Als Unternehmer, als Gründer stehst du genau an diesem Punkt, dass du diese Person wirst, die in der Lage ist, die Zukunft zu beeinflussen, Werte zu schaffen, Unternehmen, Arbeitsplätze zu schaffen, Dienstleistungen zu bringen, die es heute so noch nicht gibt und da bist du heute auf dem richtigen Weg. Wenn wir dir dabei helfen können, wenn du sagst, du möchtest auch Tipps von uns haben, Ratschläge haben, fachlichen Rat haben, strategischen Rat, Finanzierungs- und Fördermittel, dann kannst du gerne jetzt auch den Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Mein Team aus über 30 Beratern und ich, wir helfen dir gerne, egal wo du in Deutschland sitzt, deine Pläne umzusetzen und auch die persönliche Transformation, diesen Prozess zu gehen, der übrigens nie aufhört. Gerne kannst du auch unseren Kanal nutzen, abonnieren und weiterempfehlen. Ich persönlich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklungen zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.